Zwar finde ich diese verwendete Schrift Calibri recht gut geeignet für Präsentationen. Sie ist auf Bildschirmen und am Beamer sehr gut lesbar. Trotzdem möchte ich dir zeigen, wie du eine Schrift im ganzen Dokument ersetzen kannst. Ich wähle mal diesen Titel aus und jetzt hast du im Bereich Start hier drüben den Befehl ersetzen. Und wenn du da auf dieses Dreieck tippst, so hast du nicht nur den herkömmlichen Ersetzenbefehl, den du vielleicht von Word her kennst. Den braucht man, um falsch geschriebene Wörter oder doppelte Leerschläge im ganzen Dokument aufzufinden und zu ersetzen. Hier hast du auch Schriftarten ersetzen. Das heisst, es ist ein Tool, um im ganzen Dokument nach einem Stil zu suchen und den durch einen anderen zu ersetzen. Hier drin haben wir also die Calibri und die soll ersetzt werden, sagen wir mal, durch die Seagull UI. Ich ersetze die und dann haben wir auch noch die Calibri-Light, die soll durch die Light ersetzt werden. Schliessen und wenn wir jetzt da durch unsere Präsentation hindurchklicken, so siehst du, ist überall diese Schrift ersetzt. Schriftlich 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 Schriftlich